Hallihallo, eine weitere Episode meines Design Pattern Tutorials. In dieser Episode schauen wir uns das wohl mit Abstand bekannteste Design Pattern an, und zwar das sogenannte Singleton. Zunächst mal, was ist ein Singleton? Ein Singleton ist eine Klasse mit zwei ganz wichtigen Eigenschaften. Das erste ist, dass es von dieser Klasse nur maximal eine Instanz geben darf. Es darf auch keine Instanz geben, das kann auch passieren im Programmcode. Aber es darf immer nur maximal eine Instanz geben und diese Instanz ist dann gültig für den Rest des Programms. Und das zweite, es muss globalen Zugriff auf diese Instanz gewährleistet sein. Also überall im Programm müssen wir Zugriff auf diese eine Instanz von diesem Singleton haben. Es ist also nicht schon ein Singleton, wenn wir nur im Programm eine Instanz erzeugen, in irgendeiner anderen Klasse, aber dann niemand darauf zugreifen darf, sondern es muss wirklich, theoretisch zumindest, jeder im ganzen Programm Zugriff auf dieses Singleton haben. So schauen wir uns das Ganze einfach mal direkt im Code an. Zu diesem Zweck habe ich uns hier schon mal eine kleine Klasse vorbereitet und habe die einfach mal mySingleton genannt. Und darin können wir jetzt mal eine statische Variable platzieren, private static mySingleton und die nenne ich zum Beispiel mal Instance. Also das ist die globale Instanz, die für jeden, für alle Klassen, für allen Programmcode in unserem ganzen Projekt verwendet werden können soll. Und dann machen wir dafür noch ein Getter, public static mySingleton. GetInstance wird das in der Regel genannt, also das sieht man so sehr, sehr häufig. Und hier überprüfen wir erstmal, if instance gleich null, das heißt mit anderen Worten, wir sind der Erste, der das jetzt hier gerade ausführt, dann erzeugen wir die Instanz. Instance ist gleich new mySingleton. So, und dann returnen wir einfach die Instance. Das hat jetzt in dem Fall hier schon den zweiten Punkt von unseren Anforderungen erfüllt. Also wir haben jetzt gerade eine Instanz, auf die wir überall zugreifen können. Wir müssen nur getInstance ausführen, statisch für mySingleton. Der erste Punkt ist allerdings noch nicht so ganz erfüllt, nämlich dass es immer nur maximal ein Objekt von dieser Klasse geben darf, denn wir könnten ja jetzt einfach in der Main hergehen und sagen, new mySingleton, new mySingleton, new mySingleton. Dann hätten wir schon in dem Fall drei Instanzen von diesem mySingleton erzeugt. Und um das zu verhindern, machen wir einfach den Konstruktor von dem ganzen Ding hier private. Und dadurch kann das niemand mehr ausführen oder aufrufen außerhalb von dieser Klasse. Und wir rufen es nur an dieser Stelle auf. Und das kann nur einmal ausgeführt werden, weil danach eben die Instanz hier entsprechend gesetzt wurde. Zumindest in einem Single-Threaded-Kontext. Wenn wir jetzt noch mehrere Threads hätten, müssten wir das noch synchronizen und so weiter. Also das speichert uns alles mal. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber in einem Single-Threaded-Kontext ist das hier jetzt garantiert, dass wir immer nur maximal eine Instanz davon haben. So, und jetzt können wir noch ein bisschen Funktionalität hier natürlich einbauen. Sagen wir mal, das ganze Singleton sei dafür gedacht, dass wir eine globale ID erzeugen können, um irgendwelche Objekte eindeutig beschreiben zu können. Zum Beispiel. Und dafür speichern wir mal in dem Singleton eine ID ab. Int ID. Man sollte natürlich auch schreiben können. Das ist beim Programmieren immer sehr hilfreich. Und sagen dann Public Int Get Next Global ID. Und returnen hier ID++. Dadurch wird dann also jeder, der hier Get Next Global ID aufruft, eine ID bekommen, bevor natürlich Integer auch wieder überläuft. Das ist ein anderes Problem. Aber davor wird er die ganze Zeit neue IDs bekommen, die einzigartig sind in diesem ganzen Programm. So, und damit wären wir mit dem Singleton zu programmieren auch schon fertig. Oberflächlich wird vielleicht dem einen oder anderen schon direkt aufgefallen sein, warum machen wir das eigentlich mit einer globalen Instanz? Warum machen wir nicht einfach alles static? Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Hätten wir schon deutlich weniger Code. Wir machen einfach den Index, habe ich es jetzt mal hier genannt. Das ist eigentlich, wenn wir es gleich halten mit gerade eben, müsste das die ID sein. Wir verhindern, dass das Ganze erzeugt werden kann. Wir sagen hier, es gibt eine ID und können dann immer darauf zugreifen, über einen statischen Kontext, über Get Next Global ID. Und wenn wir das Ganze verwenden, sieht das Ganze dann so aus. Mit dem Singleton müssten wir hier immer Get Instance, Get Instance, Get Instance und dann Get Next Global ID aufrufen, während wir bei MyStatic nur direkt Get Next Global ID aufrufen könnten, was natürlich weniger Schreibarbeit ist. Also warum machen wir das überhaupt? Warum machen wir so ein Singleton und machen nicht einfach alles statisch? Der Vorteil, oder es sind eigentlich sogar zwei Vorteile, die wir haben durch so einen Singleton. Das Erste ist, dass das Singleton für andere Programmierer ist, zumindest meine Meinung, ein bisschen besser kommuniziert. Hey, das Ganze hat einen internen Zustand. Also es gibt hier zum Beispiel eine ID, die intern abgespeichert wird. Haben wir hier natürlich auch, aber das kommuniziert das Ganze nicht ganz so klar. Wenn wir keinen internen Zustand hätten, also wenn wir nur eine Mathematik-Library schreiben mit ganz einfachen Funktionen, addiere zwei Zahlen, ziehe die Wurzel aus einer Zahl etc. pp., wo wir keinen internen Zustand brauchen, dann würde ich auch auf jeden Fall immer zu der statischen Lösung greifen. Wenn wir einen Zustand haben, dann lieber zu einem Singleton. Es kommuniziert das Ganze einfach ein bisschen besser. Wie gesagt, Vorsicht, ist meine Meinung. Der andere Vorteil, der weniger meine Meinung ist, sondern tatsächlich, ja, Fakt würde ich mal sagen, ist, dass wir von so einem Singleton könnten wir unterschiedliche Implementationen haben. Also wir könnten eine Implementation haben, die jetzt hier tatsächlich ein Int zurückgibt. Wir könnten aber auch eine andere Implementation haben, die das Int jetzt nicht einfach so direkt zurückgibt mit ID++, sondern irgendwelche komplexeren Berechnungen macht. Oder sogar könnte man sich auch vorstellen, dass es zu einer Datenbank connectet und von dem sich anfragt, hey, ich brauche eine neue Global ID, gib mir die mal. Dann wäre das sogar über unterschiedliche Programme wäre das eine Global ID. Und je nach Anwendungsfall könnte man entweder das eine Singleton laden oder das andere Singleton laden. Und die Implementation von den beiden Implementationen wäre deutlich kürzer. Also wäre deutlich schlanker und wäre klarer voneinander getrennt. Während wir hier in dem MyStatic müssten wir immer überprüfen, hey, sind wir gerade in dem Kontext, wo wir tatsächlich für uns persönlich nur eine ID laden wollen oder in einem ganz globalen, also über alle Programme verteilten, eine neue ID generieren wollen. Die Implementationen, wie gesagt, die sind voneinander getrennt. Schlanker stimmt nicht unbedingt, aber sie sind klare voneinander getrennt. Das sind so die Vorteile von Singletons gegenüber Static-Lösungen. Es gibt aber sogar noch mehr Vorteile von Singletons. So ein Singleton kann man leichter refactoren, falls man doch irgendwann im Programmablauf, also wenn man das programmiert in der Entstehungshistorie von so einem Programm, von einem Projekt, wenn man da merkt, ups, das Singleton, was man da hat, das ist gar nicht so Singleton. Eigentlich sollten wir doch zwei oder mehrere Instanzen davon haben. Dann kann man das mit so einem Singleton deutlich leichter und schneller refactoren, als wenn man so eine Static-Lösung hier hat. Mal ein konkretes Beispiel aus meinem Arbeitsumfeld momentan. Ich entwickle gerade Embedded-Systeme, also ganz kleine Mikro-Controller mit nur ganz wenig Platz, wo man solche Singletons teilweise braucht. Einfach platztechnisch sind das die elegantesten Lösungen, leider muss man sagen. Dazu komme ich gleich noch, weil Singletons haben auch einige Nachteile, aber da greife ich jetzt vorweg, in diesem Kontext, wo wir solche kleine Mikro-Controller programmieren, gibt es zum Beispiel einen Singleton für einen Logger, dass man auf der Konsole einfach mal was ausgeben kann. Das muss man alles da selber schreiben. Man hat über diesen Mikro-Controller kompletten Zugriff, muss aber auch alles selber schreiben. Und da gibt es eben, wie gesagt, den Logger. Das ist als Singleton implementiert, weil wir offensichtlich für so einen Mikro-Controller brauchen wir nur einen einzigen Logger, der garantiert über, dass den gesamten Mikro-Controller herrschen wird, also vom ganzen Mikro-Controller hier verwendet wird. Und wir brauchen da offensichtlich nicht mehrere Logger dafür. Tja, das war so offensichtlich, bis man in der Entwicklung dann weitergegangen ist und irgendwann einen Simulator angefangen hat zu implementieren. Also wo diese Mikro-Controller auf einem echten Rechner simuliert werden und miteinander kommunizieren. Dann hat man dann plötzlich gemerkt, ups, dieses Singleton hier, das ist ja pro simulierten Mikro-Controller brauchen wir das. Das heißt, der Singleton, den wir da hatten, der war plötzlich gar nicht mehr so Singleton. Und in dem Fall, wenn man das aber als Singleton implementiert hat, kann man von der Implementation dann wieder leichter wegkommen, im Gegensatz zu dieser statischen Lösung. So, ich habe jetzt gerade eben aber schon ein bisschen vorweg gegriffen, es gibt auch ziemliche Nachteile von den Singletons. Ganz viele Leute in der modernen Entwicklung Software Engineering sind eher Feinde von Singletons. Singletons beschreiben die als sogenannten Codesmell. Ein Codesmell bedeutet, okay, wenn man was sieht in der Art, dann deutet das auf schlechtes Design in der Codebase hin. Man weiß noch nicht genau, was es ist, also wie man das vielleicht auch anders lösen könnte, etc. Aber es wirkt schon mal so, oh, da könnte eventuell ein Fehler sein. Oder etwas zumindest, was nicht ganz so schön ist. Und das liegt unter anderem an einem massiven Nachteil, und zwar hat das Ganze dann einen globalen State. Das ist ja die ganze Definition von so einem Singleton, dass das Ganze ein globaler State ist, der über das gesamte Programm verwendet werden kann. Und dabei ist der Nachteil, dass man nur noch sehr, sehr schwer nachvollziehen kann, wo das Ganze überhaupt verwendet wird. Eigentlich sollte eine Klasse nach außen hin kommunizieren, welche anderen Klassen sie benötigt. Das geht, indem man zum Beispiel Instanzen von den Klassen in die Funktionen bzw. Methoden hineingibt. Also man gibt denen einfach die Sachen, die sie braucht, anstatt dass sie dann über globale Instanzen darauf zugreift. Das macht es für Außenstehende deutlich sichtbarer, in welcher Reihenfolge wir zum Beispiel Instanzen von Klassen erzeugen müssen. Wenn wir hier zum Beispiel einen Singleton hätten oder eine Klasse, die einen Logger braucht, ja dann sollten wir am besten eigentlich, wenn wir schönes Softwaredesign angucken, nur von diesem Standpunkt aus, dann sollten wir den Logger einfach als übergeben, als Parameter in den Konstruktor. Das macht den Code wesentlich transparenter an der Stelle. Und es macht auch den Code weniger tightly coupled, spricht man da. Wieder so ein Begriff, gerade eben habe ich schon Codesmell definiert, jetzt kommt noch tightly coupled. Tightly coupled bedeutet, dass viele Klassen in unserem Projekt massiv voneinander abhängen. Also eine Klasse A hängt massiv davon ab, dass es die Klasse B gibt. Und B hängt massiv davon ab, dass es die Klassen C und D gibt. Das sorgt dafür, dass wir diese Klassen deutlich schwerer aus dem Projekt rausbekommen, falls wir die in einem anderen Projekt mal benötigen. Dann müssten wir wirklich die ganze Struktur, alle Klassen, die irgendwie voneinander abhängen, müssten wir rausziehen. Aber wir wissen von außen nicht mal unbedingt, was wir da wirklich nacheinander rausziehen müssen, weil wir das ja, wie gesagt, in den Headern, also in den Funktionsaufrufen, überhaupt nicht kommunizieren, was wir brauchen. Also wir sehen, so ein Singleton ist ein massiver Codesmell. Sollte man, wenn man in die Versuchung gerät, ein Singleton zu erstellen, sollte man sich das nochmal anders überlegen. Oder überlegen, geht das anders? Könnten wir das Ganze ohne Singleton implementieren? Und welche Vorteile hätten wir denn überhaupt von so einem Singleton? Bei der Embedded-Entwicklung, wie gesagt, da arbeite ich gerade drin, da ist es ziemlich wichtig, teilweise Singletons zu haben, weil die sehr schlank vom Compiler erstellt werden können. Wenn man nicht die ganze Zeit das übergeben muss, sondern dass der Compiler einfach auf eine globale Instanz zugreifen kann, dann kann der nochmal ein bisschen mehr optimieren, wodurch die Executable dann kleiner wird. Wenn man aber nicht jetzt auf jedes Kilo-Byte achten muss, dann sollte man davon Abstand halten. Dann sollte man lieber zu anderen Lösungen greifen. So, das wäre es dann unterm Strich zu diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt die Vorteile und Nachteile eines Singletons verstehen können. Mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, glaube ich. Ich gucke nochmal auf meine kleine Liste, die ich nebenher offen habe. Nö, das war es soweit. Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal.